Ach, du hast dir deinen Schaufeln in den Arsch gescheckt. Ja, aber echt geil. Ich bin voll erschrocken, das ist der Lukas, aber das ist hier ganz stark. Oh ja, das ist schwer. Oh man ey. So seid ihr alle in den Betten näher? Nee, noch nicht. Ich bin der Höhler am Buddeln. Ich bin aber auf dem Weg. Warum ist hier so viel Kies? Wer braucht noch mal Kies? Zum Weg bauen. Okay. Ist egal, ich lag mich schon mal raus. Ist echt über in der Nacht. Absolut. Und Sicht. So. Hier, komm kurz, lass uns mal hier ins Bettchen gehen. Aaaaah! Aaaaah! Okay. Ich nehme mir gleich das Bett mit, übrigens. Nee, aber wir haben doch da hinten zwei Betten, oder? Ja? Meinen nicht. Die haben sich doch sowieso was selbst mitgenommen. Geh mal pennen, Leute. Seid ihr schon in der Nacht? Achso, Lukas muss dich lieben. Ja, dann nimm dir das eine auch noch mit, dann bleibe ich hier in dem Haus. Dann putze ich ein bisschen hin. Habt ihr es jetzt, oder? Ja, ja. Rumsch. Es ist doch immer noch dunkel, what the fuck? Hä? Seid ihr denn jetzt im Bett, oder was? Ja? Ah. Ja. So ist das, oder? Turgi hat geliebt. Für dich, ach, Lukas, für dich ist doch eh scheißegal. Das ist ja... Nein, es ist nicht scheißegal, was ich im Dunkeln überhaupt nicht sehe. Nein, nein, aber du musst nicht lieben, damit das sich ändert. Ist jetzt wieder hell. Ja, es ist geliebt. Lukas war drauf, aber der... Nein, ich bin auch wieder geliebt. Nee, aber als es Tag geworden ist, warst du noch drauf. Das war laggy. Das war laggy. Also, bei mir war es dann. So. Genau. Peter Kaxler. Mhm. Also das, das können wir sowieso immer mit Sicherheit sagen. Ja, ja, ja. Oh, ich find hier nicht mehr raus. Was ist das scheiße? Brauchst du noch Stützen unter deinem Balkon, oder ist das eine Freiluft? Das wird, äh... Terrasse. Eins von beidem. Das weiß ich noch nicht so genau. Wobei die Stützen würden dann ja hier in unsere Tiefsee gehen hier. Ja, deswegen weiß ich noch nicht so genau. Chup, chup, chup. Die Eisenbahn. Jetzt haben wir hier Weg, das heißt... Dann müsst ihr auf der anderen Seite vom Kurzhaus dann den Weg weiterbauen Richtung... Wieso ist mein Haus denn jetzt mit dem Durchgang? Ja, du musst das, also. Warum? Das ist eine Piratebrücke, man! Das wirst du doch wohl hinkriegen! Eine Brücke bauen, ne? Das ist zu schwer, Peter. Du brauchst der Durchgang. Dann kopie doch einfach eine Brücke, was es ist. Ähm... Ah ja, schalte. Jump, 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 jump. Hoffentlich ist das jetzt die richtige Richtung. Ich war ohne Witz. Oh, das ist überall so eine Lülle. Da hinterher. Dam, 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 dam. Du wirst es nicht lassen. Hm. Sieht schon ungeblöd aus. Okay, hier russerspringen ist nicht so geil. So, hab ich zu... Ah, ich hab zu Treppen. Ich baue dir mal den Keller hier. Peter. Scheiße. Verpiss dich und mach irgendwo anders Weg. Ah, jetzt das. Ich denk das Brücke, das ist ja schon mal... Ah ja, der sieht gut aus, stimmt. Ja, das stimmt. Also, von Weitem aus denen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich war noch nicht drauf. Ich hab mich drauf geguckt und dann so... Oh, sieht doch ganz gut aus. Hm? Das ist schon besser mit dem Zaun hier. Das ist mir ein bisschen besser gelungen. So. Steht der nicht über? Ja. Aber trotzdem sieht's gut aus. Ah, sieht gut aus. Ich hab hier gleich Sand über. Braucht noch jemand Sand? Nein, das ist nicht. Ne, aber Glas. Ich wollte auch noch so... Ne, so ein Glas hab ich selber noch. Ich brauch nix. Die Eisenbahn. Das ist so wichtig in Rundung. Der Eisbahnfahrer. Der Eisbahnfahrer. Ich weiß nicht, wie... Ah, ich sehe unser lila aus. Hier ist das lila aus. Pink. Ja, ich weiß jetzt mal scheißfahrer. Lila Wolken. Ja, lila Wolken, pinke Scheiße. Rosa, Toki. Ich weiß ja, das ist geil. Und er wird zwar lila, pink und... Rosa sind so alles gleiche. Nein. Und wie ist das mit Lavendel? Oh, mein Gott, Toki. Oh, mein Gott, Toki. Oh, Hardcore-Schwur. Toki, wo hast du jetzt... Ja, ja. Ja, 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 ja. Hardcore-Gay, mein Freund. Hardcore-Gay. Okay, Lukas, mach Spaß. Ja. Haja, ich wollte Schaufel basteln. Ich brauche wieder welche. Was, Schaufel? Wenn ich hier irgendwo einen Crafting-Tisch rumstehe? Bei mir im Haus steht er noch. Ähm... Aber da bist du ja grad nicht. Guck jetzt. Hat die älteste Enderman einen Block aus der Farm geklaut? Geil. Ja, ja, aber hat einen Block gefehlt. Das Wasser ist hinten rausgeflossen. Okay, Enderman. Okay, Enderman. Ja, sonst musst du auch mal zu dir hinlatschen und... Oder woanders hinlatschen, der die Scheiß abladen. Das ist leicht. Und in der Truhe? Was? Ne, oben. Ne, große rechts auf der Seite. Da liegt alles materialmäßig. Oh Gott, ich hab grad einen Block gesetzten, der direkt mal konsequent gefehlt. Ähm... Ja, aber ja, sowas von, ey. Schlimm. Boah, wenn hier oben dann Zombies spawnen, ne? Ich raste so dermaßen aus. Oh, blätter Zombie. Du musst ausleuchten einfach. Ja, ich bin dabei. Aber wenn hier irgendwas spawnt, ne? Boah, ich geh so an die Ecke. Tuki ist ja schon wieder am Nuben. Tuki ist ja schon wieder am Nuben. Tuki ist einfach immer am Nuben. Was denn hier? Loch. Da hast du gerade ein bisschen gegraben. Loch, ja. Was ist so? Genius, Aussage ist genius. Ich hab's Eisenhorn, hallo. Das muss grad alles schön einheitlich machen. Boah, das wird ja auch so ne richtige Base, he? Sowas müssten wir auch unter dem Dorf halt bauen, so einen riesen Raum hier. Also halt dann noch größer zu den Seiten hin. Also von der Idee halt. Nein, warum was denn? Ja, wo wir dann... Wir wollten ja die Lagersachen, äh... umstrukturieren, sag ich jetzt mal. Ey, da hinten ist Licht, oah. Ja, da hinten ist die Schlucht. Soja. Das heißt Schmeiß. Und dass wir dann da unter der Erde auch eventuell so was... Bahnhof oder so was machen. Und wo dann die ganze Gänge von den ganzen Häusern zusammenlaufen. Das war tief! Bullshit. Kohle. Gammeln, gammeln. Kohle, Kohle, Schubkidu. M-m-m-m-m. M-m-m-m-m-m. So und was Tolles ist da. Hier? Nein. Wie jemand denn? Drei Weiten. So. Lass den Peter durch in seiner Traumwelt. Ne, was will ich jetzt denn nicht? Nicht, nicht. Angst, dass hier... Oh, da oben kommt ein Kiefer, da oben kommt ein Kiefer. Mama! The fuck! Mama, ich komme hier nicht raus! Boah! Wo war denn hier der Ausgang? Keine Ahnung. Was ist denn noch? Da oben kommt ein Gang her. The fuck? Warte mal. Was ist denn da? Oh ja, das ist gut. Ich will vor mich den Block setzen. Was mache ich? Ich sitze hinter mich ein. Ach so. Ja, ich gehe mal hier oben weiter. Because fuck it, that's why. So. Ah, Gott. Schlimm. Oh, noch eine Treppe. Treppe, 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 Treppe. Und da hinten denkst du mir so ein Kiefer. Oh, wie war noch als Bedarf von unermesslich vieler, ey. Ist das Kranke. Okay, wie kann ich einen Kiefer töten ohne Schwert? Wie gar nicht. Die ganze Zeit poken. Poken? Ah, kite, ne? Poke ihn down. Poke. Nein, kite. Was ist da hinten? Da ist das Hechtag-Kiefer. Da, ich bin da. Pull mal. Ich weiß, wo der ist. Äh, da. So. Das Aufladekabel von meiner Maus geht mir schon grad ein bisschen auf den Pisten. Warum kommen da so grüne Bildchen aus der Wand? Was, Erfahrung? Erfahrung, ne? Cool abbauen. Okay. Brauchen wir eigentlich noch Kies, oder? Das ist eher uninteressant. Ähm. Ist da? Irgendwo ein Zombie. Da bist du ein Zombie. Nein, das geht. Obwohl, die Axt brauche ich nicht. Das ist sogar ein Schwert, was das ist. Oder noch einmal. PvP ist nicht aktiert, oder? Nein, genau. Oh, ein Iron Man. Ja, den hast du auch gemacht. Wuuuuh, laufen. Laufen. Und ein Dings. Wie soll er jetzt? Das ist passiert, ja. Ja, und? Ganz schön angekriegt. Okay. Für der Cheaterer. Ich bitte auch einen Cheatererauen. Hm. So geht's ja nicht hier. Ähm. Hm. Nur Peter Neussers. Das auch. So was ne. Hängt der in der Mitte. Ja, der hängt immer noch da. Und umdrehen, und umdrehen, und umdrehen, und umdrehen, und umdrehen, und das. Keine Ahnung. Guck ihn mal an, durch die Wand. Nee, danke. Für mein Glück reagiert er dann auch noch. Ich muss mal hier wieder raus, und dann... Ich wollte eigentlich nur Werkzeug machen, dann bin ich jetzt hier runtergegangen. Und hab immer noch kein Werkzeug. Also muss das, oder? Aber ich hab wieder ein bisschen Kies. Und ich hab Gehirn. Auch draufgegangen. Aber nicht dein eigenes. Nee, ist zum Gehirn. Das eigene kann doch nicht sein. Ich mein, ich ist Gehirn. Wo nix ist. Das ist grad schon wieder dunkel. Boah, war schwer. Habt ihr da unten nicht jetzt lange mal ein Bett? Wenn da unten so hat, nö. Not really. Hat den mit Wolle? Ich würd sagen, liefst mir alle, und ich geh kurz pennen. Beziehungsweise, Lukas kann ja draufbleiben, ist ja wohlst. Ja, komm, mach's. Ey, ich will das mal testen, bleib mal drauf. Ja, ich? Nein, du nicht. Schlecht. Nur ein Schwarzpimm. Richtig. Das ist das. Habt ihr's, äh... Weiß ich nicht, ich glaub Peter ist auch auf dem Schwarzpaar drauf, ne? Zack, ist es trotzdem. Ey, seid beide. Peter will auch einfach ignoriert. Hat der ja ein Bett gefunden, eigentlich? Ich schau auf die Tür. Ich, äh... Ich stört hier einfach. Sehr gut. Ach, Peter ist so, das Kacke. Zwei Leute, ey. Zwei Leute, wenn ich beim Pennen gehen einfach ignoriert. Wobei ich denke mal, dass mit dem Pennen ist auch so, wenn ne Mehrheit pennt, denk ich mal so, wenn du so große Multiplay hast. Wenn die Mehrheit, ah ja. Die Mehrheit, einer aus drei... Einer von dreien, das ist gut. Wie, wer waren... Ach, war grad nur... Nur ich war im Pennen. Richtig. Interessant, wir lassen jetzt einfach immer nur noch kurz pennen. Wir brauchen keine Betten. Ob der Enderman immer noch da hängt? Hm, hm, hm. Alter, was macht denn der Enderman die ganze Zeit hier drin? Nee, das ist... Was glaubst du, Toki? Mich abfacken, ja. Ach, und sonst? Mich abfacken? So, ich ernte jetzt mal. Na, wenn es jetzt gleich leckt, dann bin ich das. Wenn ich gleich hier mich... mich gleich wegen dir verbaue, dann rast ich dermaßen aus. So, den Eingang auch wieder zugemauert. Also wenn ich mich wegen dir verbaue, ich hab mich gerade schon verbaut, von daher. Ich brauche jetzt auch mal in die Richtung. Oh ja, Wasser. Komm her, du bist so sexy. Nicht. Oh, Gott. Warum haben wir eigentlich nur noch... Guck mich nicht an. Weil die anderen alle draußen hängen. Warum auch immer. Peter, den Zahler ist krass. Kann ich mit zwei der Holz schon wieder zurückgambeln? Ich habe eben nicht aufgepasst. Okay, Erde suche ich eigentlich weniger, aber naja. Was ist denn Dreck? Ja, der wäre ja auch plötzlich. Wie viel hast du geklaut? Drei. Nein. Für drei Schafe halt. Warum immer? Ach, für drei Schafe. Okay, für zwei Schafe. Halt das nächste Mal noch, aber... Ich brauche mal einen Zweil, dann doch. Fuck.